Wir wissen aber kaum etwas über Josef von Eichendorff, dem Dichter des Taugenichts, der im vorigen Jahrhundert diese volksliedhaften Texte schrieb. Eichendorff stand am Ende einer großen Epoche. Er selbst bezeichnete sich einmal als den letzten Romantiker. Hansjörgs Lampe zeichnet ein Porträt des Dichters und Lyrikers. Untertitelung des ZDF, 2020 An einem schönen warmen Morgen kam ich auf der Eisenbahn vom anderen Ende Deutschlands mit einer Veemenz dahergefahren, als käme es bei Lebensstrafe darauf an, dem Reisen, das doch mein alleiniger Zweck war, auf das Schleunigste ein Ende zu machen. Diese Dampffahrten rütteln die Welt, die eigentlich nur noch aus Bahnhöfen besteht, unermüdlich durcheinander, wie ein Kaleidoskop, wo die vorüberjagenden Landschaften, ehe man noch irgendeine Physiognomie gefasst, immer neue Gesichter schneiden. Der fliegende Salon, immer andere Sozietäten bildet, bevor man noch die Alten recht überwunden. Diesmal blieb indessen eine Ruine rechts über dem Wald ganz ungewöhnlich lange in Sicht. Europa müde vor Langeweile fragte ich, ohne dass es mir gerade um eine Antwort sonderlich zu tun gewesen wäre, nach Namen, Herkunft und Bedeutung des alten Baus. Er fuhr aber zu meiner größten Verwunderung weiter nichts als gerade das Unerwartetste, das nämlich dort oben ein Einsiedlerhause. Keiner von der Gesellschaft im fliegenden Kasten konnte mir jedoch genügend Auskunft erteilen. Niemand hatte den Einsiedler selbst gesehen. Einer der Herren erklärt ihn schlechtweg für einen hochmütigen Sonderling, da er, wie er erfahren, bei der gebildeten Nachbarschaft nirgends Besuch gemacht, ja nicht einmal Visitenkarten umhergeschickt habe. Ein Zweiter meinte, da stecke wohl etwas ganz anderes, eine dunkle Tat, ein großes politisches Verbrechen dahinter. Ja, diese heimlichen Jesuiten fiel ihm da ein Dritter mit einem wichtigen Augenzwick in die Rede. Eine Berliner Dame dagegen, die eben eine Zigarre angeraucht, versicherte lachend, das sei ohne Zweifel der letzte Romantiker, der sich vor dem Fortschritt in den mittelalterlichen Urwald geflüchtet. Alle stimmten überein, dass er etwas verdreht im Kopf sein müsse. Diese Notwendigkeit wollte mir zwar nicht unbedingt einleuchten, doch war das Wenige, das ich gehört, abenteuerlich genug, um mich neugierig zu machen. Ich beschloss daher, auf der nächsten Station zurückzubleiben und den seltsamen Kauz aufzusuchen. Ich schnürte mein Ränzel und schritt wieder einmal in die unbestimmte Abenteuerlichkeit des altmodischen Wanderlebens hinein. Schon verschlüpfte die Rauchschlange des Bahnzuges weit hinter mir in den versinkenden Tälern. Und statt der Lokomotive pfiffen die Waldvögel, gerade ebenso wie vor vielen, vielen Jahren, da ich mir als Student zum ersten Mal die Welt besehen, als wollten sie fragen, wo ich denn so lange gewesen. So kam ich an die Ruine. Sie lag malerisch verfallen und fraternisierte längst mit dem Frühling, der mit seinen blühenden Ranken überall an Pfeilern und Wänden lustig hinaufkletterte. Wo ist der Herr Einsiedler? fragte ich mich und eilte der Ruine zu. Dort saß ein Mann den Rücken nach mir gekehrt und wie es schien, eifrig in einen schweinsledernen Quartanten vertieft, der auf dem steinernen Tische vor ihm lag. Alte Burgen, weite Landschaften, Täler, Höhen, Wälder, das Wandern und Reisen, im kühlen Grunde die Mühle, der rauschende Frühling, der verzauberte alte Schlossgarten mit seinen Marmorbildern, die Mondnacht und der stille Weiher. Immer wieder tauchen dieselben Bilder bei Eichendorf auf, aber niemals verbrauchen sie sich, denn immer trifft er in allem ihre Ursprünglichkeit. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Diese Verse, die er ein Jahr vor seinem Tod einer Dame in das Stammbuch schreibt, sind das Resümee eines Lebens. Doch schon in seinem ersten Roman, Ahnung und Gegenwart, macht er sich Gedanken über das Wesen der Dichtung. Das Leben verhält sich zum Dichter wie ein unübersehbar weitläufiges Hieroglyphenbuch. Von einer unbekannten, lange untergegangenen Ursprache zum Leser. Da sitzen von Ewigkeit zu Ewigkeit die redlichsten, gutmütigsten Weltnarren, die Dichter, und lesen und lesen. Aber die alten, wunderbaren Worte der Zeichen sind unbekannt. Poetisch sein und Poet sein, das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Man mag darüber denken, was man will. Bei Letzterem ist, wie schon unser großer Meister Goethe eingesteht, immer etwas von Taschenspielerei und Seiltans mit im Spiele. Das ist nicht so. Doch. Der Dichter hat einsam die Augen offen. Mit Demut und Freudigkeit betrachtet er, selber erstaunt, Himmel und Erde. Und das Herz geht ihm auf bei der überschwänglichen Aussicht. Und so besingt er die Welt, die voll stummer Bedeutung nur dann durch und durch erklingt, wenn sie die Aurora eines dichterischen Gemüts mit ihren Verwandtenstrahlen berührt. Gott ist mit dir in deiner Einsamkeit. Und er weiß es allein, was ein Dichter treulich will, wenn auch kein Mensch sich um dich bekümmert. Ein Adler saß am Felsenbogen, den Lok der Sturm weit übers Meer. Da hat er droben sich verflogen, er fand sein Felsennest nicht mehr. Tief unten sah er kaum noch liegen, verdämmernd Wald und Land und Meer, musst höher, immer höher fliegen, ob nicht der Himmel offen wäre. Geboren wurde Josef von Eichendorff auf einem Landschloss in Oberschlesien, in Lubowitz. Als er im Alter seine Lebenserinnerungen schreibt, kann er sich mit aller dichterischen Freiheit auch recht gut auf seine eigene Geburt besinnen. Der Winter des Jahres 1788 war so streng, dass die Schindelnägel auf den Dächern krachten, die armen Vögel im Schlaf von den Bäumen schielen. In einer Märznacht desselben Winters gewahrte man auf dem einsamen Landschloss zu L ein wunderbares, geheimnisvolles Treiben. Da wurde ich in der Stube neben dem Tafelzimmer geboren. Mein Vater, da er einen Kinderschrei hörte, blickte erschrocken nach dem Himmel. Der Mond hatte soeben kulminiert. Um ein Haar wäre ich zur glücklichen Stunde geboren worden. Ich kam gerade nur um anderthalb Minuten zu spät. Ich meinerseits weiß nur noch dunkel so viel zu erinnern, dass ich so recht gemütlich und warm in der wohlgeheizten Stube in meinem Kissen lag und verwundert die spielenden Ringe und Figuren betrachtete, welche die Nachtlampe an der Stubendecke abbildete. Meine Mutter neigte sich mit ihrem schönen, bleichen Gesicht und den großen Augen freundlich über mich, dass ihre Locken mich ganz umgaben, zwischen denen ich draußen die Sterne und den stillen Schnee durchs Fenster hereinfunkeln sah. Seitdem, so oft ich eine klare, weitgestirnte Winternacht sehe, ist mir es immer wieder, als würde ich neu geboren. Meine frühesten Erinnerungen verlieren sich in einem großen, schönen Garten. Lange, hohe Gänge von geradbeschnittenen Baumwänden laufen nach allen Richtungen zwischen großen Blumenfeldern hin. Wasserkünste rauschen einsam dazwischen. Ein wunderschönes kleines Mädchen, älter als ich, sitzt an der Wasserkunst und singt welche Lieder. Während ich oft stundenlang an den eisernen Stäben des Gartentors stehe, das an die Straße stößt und in die glänzende Ferne hinaus sehe. Diese ganze stille Zeit liegt weit hinter all dem Schwalle der seitdem durchlebten Tage, wie ein uraltes, wehmütig süßes Lied. Und wenn mich oft nur ein einzelner Ton davon wieder berührt, fasst mich ein unbeschreibliches Heimweh. Nicht nur nach jenen Gärten und Bergen, sondern nach einer viel ferneren und tieferen Heimat, von welcher jene nur ein lieblicher Widerschein zu sein scheint. Ach, warum müssen wir jene unschuldige Betrachtung der Welt, jene wundervolle Sehnsucht, jenen geheimnisvollen, unbeschreiblichen Schimmer der Natur verlieren, indem wir nur manchmal noch im Traume unbekannte, seltsame Gegenden wiedersehen. Das Landschloss seines Vaters sah er mit allem Zopf der guten alten Zeit, in deren Stille die französische Revolution wie ein aufsteigendes Gewitter hineinspielt. In Breslau verbringt er die Schulzeit in einem Konvikt bei den Jesuiten. Eine Zeit, in der er nicht sehr glücklich ist. Mit seinem Bruder Wilhelm verbindet ihn ein ganzes Leben lang eine innige Freundschaft. Die Ferien verbringen sie daheim auf den Höhen von Rathibor, im Tal der Oder und in den Wäldern ringsum. Als Gymnasiast verliebt er sich zum ersten Mal, eine Schauspielerin am Breslauer Theater. Doch seine Liebe bleibt unerwidert. 1805 beginnt er in Halle an der Saale sein juristisches Studium. In Heidelberg prägen ihn die Vorlesungen des Naturphilosophen und Historikers Görres. Und hier reifen die entscheidenden Erlebnisse seiner Jugend. Er begreift die Welt in ihren Urbildern. Er findet den Weg zur Dichtung. Bei einer Reise nach Berlin kommt es zu einer Begegnung mit Clemens von Brentano und Achim von Arnim. Er verehrte sie bereits seit jener Zeit, als sie in Heidelberg ihre Sammlung alter deutscher Volkslieder herausgegeben hatten. Was hier in des Knaben Wunderhorn zusammengetragen wurde, bewirkt später in vielen Gedichten Eichendorfs deren volkstümlichen Charakter. In Wien, während der Vorbereitung auf das Referendarexamen, entsteht sein erster Roman, Ahnung und Gegenwart, der durch die Freundschaft mit Familie Schlegel viel Anregungen findet. 1813 nimmt er an den Befreiungskriegen als Lützowscher Jäger teil. Zwei Jahre später heiratet er. Seine Frau Luise schenkt ihm vier Kinder. Eine gute Mutter, eine glückliche Ehe. Doch beruflich bringt ihm die zweite Lebenshälfte kein Glück. Er muss sich mühsam sein Brot als Beamter in Breslau, Danzig und Königsberg verdienen. Später sieht er sich sogar als Hilfsarbeiter in einem Berliner Ministerium. Im Alter von 56 Jahren scheidet er wegen schwerer Krankheit aus dem Staatsdienst aus. Noch einmal ein längerer Aufenthalt in Wien. Begegnung mit Schumann, Grillparzer, Stifter. Er stirbt mit 69 Jahren in Oberschlesien nahe seinem Geburtsort. In jenen unglücklichen Beamtenjahren entsteht seine wohl schönste und typischste Erzählung aus dem Leben eines Taugenichts. Das bunte Leben eines jungen Menschen, der aufbricht in die Welt, in den Süden nach Italien, das Eichendorff selbst nie gesehen hat. Überhaupt ist er der Wanderer nur in seinen Dichtungen. Amt und Familie geben ihm kaum Zeit. Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperrlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen. Mir war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause. Er sagte zu mir, du Taugenichts. Da sonnst du dich schon wieder und dehnst und dreckst dir die Knochen und lässt mich alle Arbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist vor der Tür. Geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot. Nun sagte ich, wenn ich ein Taugenichts bin, so ist's gut. So will ich in die Welt gehen und mein Glück machen. Ich ging also in das Haus hinein, holte meine Geige, die ich rechtartig spielte, von der Wand. Mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg. Und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus. Ich hatte recht meine heimliche Freude, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen Seiten recht stolz und zufrieden Adieu zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gemüte. Und als ich endlich ins freie Feld hinauskam, da nahm ich meine liebe Geige vor und spielte und sang, Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur vom Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not um Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerchen schwirren hoch vor Lust. Was sollte ich nicht mit ihnen singen aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur walten. Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten. Hat auch mein Sach aufs Best bestellt. In dem kömmt ein köstlicher Reisewagen ganz nah an mich heran. Der mochte wohl schon einige Zeit hinter mir dreingefahren sein, ohne dass ich es merkte, weil mein Herz so voller Klang war. Zwei vornehme Damen steckten die Köpfe aus dem Wagen und hörten mir zu. Die eine war besonders schön und jünger als die andere, aber eigentlich gefielen sie mir alle beide. Die eine redete mich holzselig an, er weiß ja recht hübsche Lieder zu singen. Ich nicht zu faul dagegen, euer Gnaden aufzuwarten, wüsste ich noch viel schönere. Darauf sie, wohin wandert ihr denn schon so am frühen Morgen? Da schämte ich mich, dass ich das nicht selber wusste und sagte, er reist nach Wien, spring ihr nur hinten auf, wir fahren auch nach Wien. Bär war froher als ich und war mit einem Sprung hinten auf dem Wagen. Der Kutscher knallte und wir flogen über die glänzende Straße fort, das mir der Wind durch die Haare pfiff. Hinter mir gingen nun Dorf, Gärten und Kirchtürme unter, vor mir neue Dörfer, Schlösser und Berge auf, unter mir Saaten, Büsche und Wiesen bunt vorüberfliegend, über mir unzählige Lerchen in der klaren blauen Luft. Ich schämte mich, laut zu schreien, aber innerlich jauchzte ich und strampelte und tanzte auf dem Wagentritt herum, dass ich bald meine Geige verloren hätte, die ich unterm Arme hielt. Wie aber dann die Sonne immer höher stieg, rings am Horizont schwere weiße Mittagswolken aufstiegen und alles in der Luft und auf der weiten Fläche so leer und schwül und still wurde über den leise wogenden Kornfeldern, da fiel mir erst wieder mein Dorf ein und mein Vater und unsere Mühle, wie es da so heimlich kühl war an dem schattigen Weiher und das nun alles so weit, weit hinter mir lag. Mir war dabei so kurios zumute, als müsste ich wieder umkehren. Ich steckte meine Geige unter die Weste, legte mich voller Gedanken auf den Wagen hin und schlief ein. An anderer Stelle schreibt Eichendorff, Die Jugend blickt die Welt anders an als die vernünftigen Leute. Sie ahnt hinter dem Morgenduft die wunderbare Schönheit der Welt. Sie ist die Poesie des Lebens. Das Jahr in Heidelberg wird für Eichendorff entscheidend für das ganze Leben und so erklärt sich, dass diese Stadt auch in seiner Dichtung immer wieder auftaucht. Sie wird ihm zum Symbol eines äußerlich ungebundenen Lebens, einer sorgenlosen Freiheit, wie er sie als Student erfuhr. Und so beginnt auch seine Erzählung, Dichter und ihre Gesellen. In den letzten Strahlen der Abendsonne wurde auf der grünen Höhe ein junger Reiter sichtbar, der zwischen dem Jauchzen der Hirten fröhlich nach dem freundlichen Städtchen hinabbritt, das wie in einem Blütenmeere im Grunde lag. Er sann lange nach, was ihn hier mit zu altbekannten Augen ansah. Da fiel es ihm plötzlich aufs Herz. Wie in Heidelberg lagen die Häuser da unten zwischen den Gärten und Felsen. So war er als Student so manches Mal sommermüde von den Bergen heimgekehrt und hatte über die Feuersäule, die das Abendrot über den Neckar warf, in die duftige Talferne, gleich wie in sein künftiges, noch ungewisses Leben hinausgeschaut. Mein Gott rief er endlich. Da in dem Städtchen muss ja Walter wohnen, mein treuer Heidelberger Kamerad, mit dem mich manchen stillen, fröhlichen Abend auf den Bergen verlebt. Er gab ungeduldig seinem Pferde die Sporen und hatte bald die Universität der Stadt erreicht. Walters Wohnung war dem kleinen Orte leicht erfragt. Ein buntes, freundliches Häuschen am Markte, mit hohen Linden vor den Fenstern, in denen unzählige Sperrlinge beim letzten Abendschimmer einen gewaltigen Lärm machten. Was muss Walter, der wackere Gesell, nicht alles schon wissen, wenn er fortfuhr, so fleißig zu sein wie damals? Der Reisende sprang eilig die enge, etwas dunkle Treppe hinan. Die Abendsonne, durch das Laub vor den Fenstern zitternd, vergoldete soeben die ganze stille Stube. Walter saß im Schlafrock am Schreibtische neben großen Aktenstößen. Tabakbüchse, Kaffeekanne und eine halbgeleerte Tasse vor sich. Er sah den Hereintretenden erstaunt an. Baron Fortunat und beide Freunde lagen einander in den Armen. Also so sieht man aus in Amt und Brot, sagte Fortunat nach der ersten Begrüßung, während der Walter von allen Seiten umging und betrachtete. Denn es kam ihm vor, als wäre seit den zwei Jahren, dass sie einander nicht gesehen, die Zeit seltsam über das frische Bild des Freundes dahingefahren. Er schien langsamer, bleicher und gebückter. Dieser dagegen konnte sich gar nicht satt sehen an der heiteren Gestalt Fortunats, die in der schönen Reisetracht an Studenten, Jäger, Soldaten und alles Fröhliche der unvergänglichen Jugend erinnerte. Fragen und Gegenfragen kreuzten sich nun rasch, ohne eine Antwort abzuwarten. Walter pries vor allem sein Glück, dass ihn hier so schnell eine leidliche Stelle hatte finden lassen und so sähe er einer sorglosen Zukunft entgegen. Bei den Erinnerungen an die fröhliche Studentenzeit ging ihm so recht das Herz auf. Er hatte gar bald alle Scheu und blöde Rücksicht abgeschüttelt. Wie glücklich bist du zu preisen, rief er seinem Freunde zu, das dir vergönnt ist, so mit den Vögeln durch den Frühling zu ziehen und die Reise nach Italien nun wirklich anzutreten, die wir in den heitersten Stunden in Heidelberg so oft miteinander besprachen. Das waren schöne Jugendträume. Eine leise Wehmut flog durch seine Seele. Warum denn Träume, versetzte Fortunat. Die Ahnung war es, der erste Schauer des überreichen Lebens, das mit seiner herrlichen Gewalt über uns kommen wird, wenn wir nur fröhlich standhalten. Eichendorff spiegelt sich selbst in beiden Gestalten. Er ist als Poet der ungebunden freie Fortunat und Walter als angepasster Bürger. Doch vor nichts hatte er mehr Angst, als dass das Philistertum, das Spießbürgerliche, seine Freiheit als Dichter verschlingen könnte. So war auch das ganze Studentenwesen eigentlich ein wildschönes Märchen, dem gegenüber die übrige Menschheit, die altklug den Maßstab des gewöhnlichen Lebens daran legte, Philisterhaft und lächerlich erscheinen musste. In jener Zeit brütete äußerlich noch ein unheimlicher Frieden über Deutschland. Aber die prophetischen Gedanken, die den Krieg bedeuten, arbeiteten in jeder Brust und suchten sich in wunderlichen Geheimbünden Luft zu machen. Auch auf den Universitäten bestanden dergleichen Ordensverbindungen mit furchtbaren Eiden und rassern dem Heldenschmuck, wie man es damals in vielen Ritterromanen fand. So war in der Tat auf den Universitäten eine gewisse mittelalterliche Ritterlichkeit niemals völlig ausgegangen und selbst in jener Verzerrung und Profanation noch erkennbar. Noch einmal fährt er in seine Heimat. Er nimmt Abschied von Lubowitz. Er ist tief bewegt und es entsteht das Gedicht »O Thäler weit o Höhn«. Zum ersten Mal sind ihm Verse gelungen, die so ganz den Ton des Volksliedes und der deutschen Seele treffen. »O Thäler weit o Höhen«, »O schöner, grüner Wald«, »O meiner Lust und Willen«, »O consec έχει nicht«, »Aufangan«, »O also Adrian, neutralauer »Fancia界While puedo«, »Närkt G堤 Vlad Moral«, »Alются Menschen in der Gegend auf dem Universitäten oderונ taki티IDE Tulsaher hueten, »Haz-kort GoogleEdge Hm.«, Schlaf doch einmal die Bogen um dich, um den Himmelszelt. Im Walde steht geschrieben ein stilles, ernstes Wort, von rechtem Tun und Lieben und was des Menschen hort. Ich habe treu gelesen die Worte, schlicht und wahr, und durch mein ganzes Wesen war's unaussprechlich klar. Bald werde ich dich verlassen, fremd in der Fremde gehen, auf bunt bewegten Gassen des Lebens Schauspiel sehen. Und mitten in dem Leben wird deines Ernstes Gewalt mich einsamen erheben. So wird mein Herz nicht alt. Eichendorff bricht auf von Lugowitz, um es für lange Zeit nicht mehr wiederzusehen. Alles, was seine Jugend hier so schön gemacht hatte, war verloren. In seiner Erzählung »Viel Lärmen um nichts« schreibt er »Der Sturm der Zeit, der so viele Sterne verlöscht und neue entzündet, hatte auch den Stammbaum meines alten, berühmten Geschlechts zerzaust. Meine Eltern starben an gebrochenem Stolz. Ihre Güter und meine Heimat waren längst an andere Besitzer gekommen, die ich nicht einmal dem Namen nachkannte. Aber Unglück gibt einen tiefen Klang in einem tüchtigen Gemüt und hatte auch mich frühzeitig durch den tragischen Ernst des Lebens der Poesie zugewendet. Mit freudigem Schauer fühlte ich mich bald einer anderen, wunderbaren Adelskette angehörig, über welche die Zeit keine Gewalt hat. Und rasch, Konnexionen, Brotperspektiven und allen Plunder, der das Gemeine bändigt, von sich abschüttelnd, zog ich nun im Arm, aber frei und vergnügt, in die Welt wie in ein weites, fröhliches Reich hinaus. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Im Aktenstaub der Kanzlei ist für ihn kein freies Leben möglich. Doch von der stumpfsinnigen Arbeit, die er 30 Jahre lang auf sich nehmen muss, befreit er sich in seiner Dichtung. Das kann ihm aber nur gelingen, weil er im Grunde seines Wesens ein tiefgläubiger Mensch ist. Was die Romantiker suchten, die Gotteserfahrung in der Natur, keiner vermochte sie so rein und einfach, so ganz aus tiefem Herzensgrunde darzustellen, wie Josef von Eichendorff. O wunderbares, tiefes Schweigen, wie einsam ist's noch auf der Welt, die Wälder nur sich leise neigen, als ging der Herr durchs stille Feld. Ich fühl mich recht wie neu geschaffen, wo ist die Sorge nun und Not? Was mich noch gestern wollt erschlaffen, ich schäme mich des im Morgenrot. Die Welt mit ihrem Gram und Glücke will ich, ein Pilger, frohbereit betreten, nur wie eine Brücke zu dir, Herr, übern Strom der Zeit. Und buhlt mein Lied auf Weltgunst lauernd um schnöden Sollt der Eitelkeit, zerschlag mein Seitenspiel und schauern schweig ich von dir in Ewigkeit. Die Nacht ist die Zeit, in der die Ahnung zur Gegenwart wird, in der der junge Poet in der Erzählung Dichter und ihre Gesellen das Idealbild seiner Liebe erblickt zu haben glaubt. Auf einmal erklang eine Gitarre und einzelne Töne eines wunderschönen Gesangs träumerisch vom Winde verweht, wie wenn die Nachtluft durch die Seiten einer Harfe geht. Er eilte zu dem Garten, woher die Töne kamen. Das Pförtchen war nur angelehnt. Er trat hinein. Da stutzte er, denn es war als Flöge der Schatten einer fliegenden Gestalt heimlich zwischen den Gebüschen hin. Sonst war alles still. Neugierig ging er weiter in die dunklen Schatten der alten Bäume hinein. Der Mondenschein glänzte seitwärts über die Rasenplätze. Da bemerkte er einen Weiher von Trauerweiden umhangen. Eine weiße Statue schimmerte durch die Zweige herüber. Eine Nymphe, die halb abgewandt am Weiher auf ihrem Arm ruhte. Er wollte eben näher hinzutreten, als plötzlich tiefer aus dem Garten ein heller Lichtschimmer durch die Bäume funkelte und ebenso schnell wieder verschwand. Erschrocken, zögernd wandte er sich zurück. Er suchte das Pförtchen wieder, aber die Streiflichter des Mondes und die schwankenden Schatten der Bäume dazwischen verwirrten ihn ganz. Und ehe er sich besinnen konnte, stand er vor den Marmorstufen eines hohen, altertümlichen Palastes. Er hörte ein leises, heimliches Kichern und hinter den Zweigen hervortrat eine schlanke Mädchengestalt. Sie flüsterte mit der lieblichsten Stimme, siehst du, das ist der Willkommen, weil du mich überrascht hast und ihn schnell an der Hand fassend, das ist ja prächtig, dass du schon heute kommst. So führte sie vorangehend den Erstaunten über die Stufen durch eine dunkle Halle. Plötzlich traten sie in ein erleuchtetes Gemach. Sie wandte sich rasch herum. Er schaute betroffen im Zimmer umher. Eine Gitarre und aufgeschlagene Notenhefte lagen unordentlich herum. Armer Junge, du wirst recht müde sein, sagte jetzt die Unbekannte und zog ihn auf den Diva nieder. Sie setzte sich dicht neben ihn, ein Bein über das andere geschlagen. Er musste ihr erzählen, woher er gekommen, wer er sei und was er hier treibe. Also so sieht ein Dichter aus, rief sie erstaunt und sah ihm mit den großen, schönen Augen gerade ins Gesicht. Come bello, sagte sie kaum hörbar für sich. Darauf nahm sie einen Pfirsich aus der Kristallschale und biss mit ihren weißen Zähnchen herzhaft hinein. Aus ihren Augen leuchtete zuweilen eine irre, wilde Flamme, die ihn erschreckte. In dieser seltsamen Verstimmung konnte er durchaus den rechten Ton nicht finden und saß blöde und unbeholfen neben der vornehmen schönen Frau. Da lachte sie plötzlich mutwillig auf. Er wusste nicht vorüber. Dann sprang sie auf und brachte ein zierlich gebundenes Buch hervor. Kennst du das? fragte sie, ihn den funkelnden Goldschnitt vorhaltend. Es waren seine Gedichte. Ich kenn sie noch nicht, sagte sie. Lies mir was vor daraus. Sie setzten sich wieder. Er blätterte unentschlossen und begann endlich eines seiner liebsten Gedichte von der schönen Meerfei Milusina. Und dass du's nur weißt, unterbrach ihn die Dame. Ich bin eigentlich selbst die Milusina. Du darfst nur an den Nächten vom Montag und Donnerstag in den Garten kommen. Frag nicht nach mir und plaudere nicht davon. Wenn du mich ein einziges Mal per Tage erblickst, sehen wir uns niemals mehr wieder. Er sah sie verwundert an. Dann las er wieder weiter. Es war ein langer Romanzenzyklus. Er hatte ihn in der glücklichsten Jugendzeit gedichtet. Jetzt, nach so langer Zeit in der märchenhaften Umgebung, ergriff es ihn selber wunderbar. Er las aus ganzer Seele fort und immer fort. Zuletzt vor dem Umschlagen des Blattes blickte er einmal zur Seite. Die schöne Frau lag fest eingeschlafen neben ihm. Er schwieg. Ihn schauderte heimlich. Denn die schlanke Gestalt in dem weißen Gewande ruhte auf ihrem Arm eingeschlafen, gerade wie die Statue vorhin am Weiher. Ein Schlüsselerlebnis aus seiner Kindheit spiegelt sich hier. Melusina, sie ist das schlafende Lied der eigenen Seele. Die Sehnsucht der Romantiker ist zu verstehen aus der Tatsache, dass eine große Epoche zu Ende gegangen ist. Es beginnt das Industriezeitalter. Hinter dem Wald, den Eichendorf noch besinkt, steigen bereits die Fabrikschornsteine empor. Er ist nicht blind gegenüber diesen neuen Strömungen, doch gerade deshalb gilt es für ihn, die schöne alte Zeit festzuhalten. In einem Brief bezeichnet er sich selbst als den letzten Romantiker. Eichendorfs Größe war von ganz unauffälliger Art. Er liebte es, geradezu unscheinbar zu sein, unbeachtet zu bleiben. Nur so fand er die Stille, in der er nach seiner Urheimat lauschte. Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keiner mehr. Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit, da ruhe ich auch, da ruhe ich auch. Und übe mir raus, die schöne Waldeinsamkeit, die schöne Waldeinsamkeit, und keiner kennt mich mehr hier. Und keiner kennt mich mehr hier. Das Bleibende seiner Kunst sind seine Gedichte und seine Erzählungen. Doch in den späteren Jahren verstummt der Dichter in ihm. Ein Dichter müsse wissen, wann er aufzuhören habe, so schreibt er über sich. Gestürzt sind die goldenen Brücken und unten und oben so still. Es will mir nichts mehr glücken. Ich weiß nicht mehr, was ich will. Von üppig blühenden Schmerzen rauscht eine Wildnis im Grund. Da spielt wie in wahnsinnigen Scherzen das Herz an dem schwindeligen Schlund. Die Felsen möchte ich packen vor Zorn und Wehe und Lust und unter den brechenden Zacken begraben die wilde Brust. Da kommt der Frühling gegangen wie ein Spielmann aus alter Zeit und singt von uraltem Verlangen so treu durch die Einsamkeit. Und über mir Lerchenlieder und unter mir Blumenbunt so werfe ich im Grase mich nieder und weine aus Herzensgrund. Da fühle ich ein tiefes Entzücken. Nun weiß ich wohl, was ich will. Es bauen sich andere Brücken. Das Herz wird auf einmal still. Der Abend streut rosige Flocken, verhüllet die Erde nun ganz. Und durch das schlummernden Locken ziehen Sterne den heiligen Kranz. Immer mehr, je älter er wird, sieht er sich in der Gestalt eines Einsiedlers. Die kleinen alltäglichen Ereignisse ignoriert er. Es gibt kaum noch Briefe aus dieser Zeit. Kein Tagebuch. Was Friedrich, die Zentralgestalt in seinem ersten Roman Ahnung und Gegenwart am Ende hoch oben auf einer zerfallenen Burg verwirklicht, das sollte auch zum Symbol in seinem eigenen Leben werden. Ein Dasein als Eremit. In Friedrich entwickelte diese Abgeschiedenheit endlich die ursprüngliche religiöse Kraft seiner Seele, die schon im Weltleben durch gutmütiges Staunen geblendet und falsche Bahnen suchend aus allen seinen Bestrebungen, Taten, Poesien und Irrtümern hervorleuchtete. Jetzt hatte er alle seine Pläne, Talentchen, Künste und Wissenschaften unten zurückgelassen und las wieder die Bibel, die er schon einmal als Kind angefangen. Da fand er Trost über die Verwirrung der Zeit und das Heil auf Erden in dem Heiligen Kreuze. Er hatte endlich den fantastischen tausendfarbigen Weltenmantel abgeworfen und stand nun in blanker Rüstung als Kämpfer Gottes gleichsam an der Grenze zweier Welten. Wie oft, wenn er da über die Täler hinaus sah, fiel er auf seine Knie und betete inbrünstig zu Gott, ihm Kraft zu verleihen, was er in der Erleuchtung erfahren, durch Wort und Tat seinen Brüdern mitzuteilen. Komm, Trost der Welt, du stille Nacht, wie steigst du von den Bergen sacht, die Jahre, wie die Wolken gehen und lassen mich hier einsam stehen. Die Welt hat mich vergessen. Da tratst du wunderbar zu mir, wenn ich beim Waldesrauschen hier gedankenvoll gesessen. O Trost der Welt, du stille Nacht, der Tag hat mich so müd gemacht, das weite Meer schon dunkelt, lass ausruhen mich von Lust und Not, bis dass das ewige Morgenrot den stillen Wald durchfunkelt. Geheimnis. 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 Untertitelung des ZDF, 2020